Der FC Bayern tütet mit dem Transfer von Brian Zaragoza das nächste Top-Talent für den Flügel ein, der ebenfalls wie Nestori Irankunda, den ich ja auch schon analysiert habe, dann nächsten Sommer zum Verein stößt. Nachdem es zuletzt ja schon Gerüchte gab über einen möglichen Transfer von ihm zu RB Leipzig, hat eben nun der FC Bayern zugeschlagen, aber wieso, weshalb, zeige ich euch jetzt in der Analyse des Spielers. Der 22-jährige Spanier hat letzte Saison tatsächlich erst seine ersten Profiminuten gesammelt in der zweiten spanischen Liga, aus welcher er mit Granada aufsteigen konnte. Meist wurde er dabei nur eingewechselt und konnte dann letztendlich fünf Tore und eine Vorlage erzielen, in genauso viel Spielminuten, wie er diese Saison tatsächlich schon hat, in der er nun eben auch Stammspieler ist und in der ersten Liga in Spanien schon fünf Tore und zwei Vorlagen in 14 Spielen aufweisen kann. Dabei überperformt er seinen Expected Goals-Wert von 2,74 schon jetzt recht deutlich, warum, zeige ich euch dann später noch, und hat mit 2,73 Expected Assists sogar mehr bzw. bessere Chancen direkt kreiert und vorbereitet, wie von seinen Mitspielern letztendlich verwertet wurden, welche natürlich aber auch nicht die Besten sind beim vorletzten in La Liga mit nur sieben Punkten aus 15 Spielen. Faragoffa konnte trotz dessen so auf sich aufmerksam machen, dass er zuletzt sogar sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft feiern konnte. Durch seinen Doppelpack beim 2 zu 2 gegen Barca, wobei er Koundé ganz alt aussehen ließ, passt er natürlich auch perfekt zu den Bayern, die Barca in den letzten Jahren auch ordentlich auseinandergenommen haben. Gehen wir jetzt mal eher noch auf den Spielertyp an sich ein, so ist er auf jeden Fall einerseits ein Konterspieler, womit er tatsächlich zum neuen Bayern-Untertuchel ja auch gewissermaßen passt, die ja vermehrt auch mal den Gegner kommen lassen und dann schnell umschalten. Gerade die Pässe von einem Harry Kane beispielsweise in Faragothas guten Laufwege in die Tiefe könnten da schon sehr gefährlich kommen, aber andererseits ist er auch auf engem Raum sehr brauchbar. Mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt, mit 1,64 Meter ist er mit 4 Zentimeter Abstand dann sogar der kleinste Spieler der Bundesliga, ist er ein überragender Dribbler, nimmt dabei immer wieder gerne das Tempo raus und kann dann mit seinem überragenden Antritt, also der ist wirklich extrem krass, seine Gegenspieler häufig schon auf den ersten Metern stehen lassen und an ihnen vorbeiziehen, wenn er den Platz dazu hat. Seine Dribblings haben eine hohe Quantität, aber auch Qualität mit 2,9 erfolgreichen pro Spiel, was in La Liga eine bessere Erfolgsquote darstellt, wie die von Vinicius Junior oder einem Nico Williams. Ansonsten ist er technisch natürlich überragend ausgebildet, wie man es von einem Spanier heutzutage bzw. auch schon früher natürlich erwartet, nimmt sich auch schon den ein oder anderen Elfmeter als doch noch eher jüngerer Spieler, was aber seine Qualität und seinen Stellenwert in der Mannschaft vom akut abstiegsbedrohten Granada unterstreicht. Saragossa ist aber selbst vor allem immer eine Gefahr für den Gegner, einen Elfmeter zu verursachen, wovon dann bei Bayern ein Kane wiederum profitieren könnte, denn im Strafraum nutzt Saragossa viele Schussfinden und schnelle Richtungsänderungen und setzt häufig schon zu Messi-artigen Dribblings in der Box an, wobei er oft mehrere Gegenspieler ins Leere grätschen lässt. Kommt er dann, also nach den Dribblings oder auch generell in Abschlusssituationen, behält er trotzdem einen kühlen Kopf und nutzt seine Chancen auch recht eiskalt und häufig auch extrem platziert dank seiner guten und überlegten Schusstechnik, wie seine überperformten erwarteten Tore zeigen. Offensiv kann er eigentlich alles spielen, von Flügel, Zehner, Stürmer in einem Doppelsturm und selbst auch auf der Acht hat er schon gespielt, aber da sehe ich ihn eigentlich keinesfalls, weil da seine Schwächen zum Vorschein kommen, die ich jetzt noch kurz thematisieren möchte. Und das liegt natürlich vorrangig an seiner Größe und seiner Füßes, denn so hat er es natürlich schwer, sich im tiefen Verteidigen durchzusetzen und kann das Zentrum nicht wirklich dicht machen, wobei er in den Offensiv-Zweikämpfen, also im Pressing, schon so ein kleiner, giftiger Spieler ist, der einige Ballgewinne verbuchen kann und wenn nicht auch mal zulangen kann, bekommt er schon recht häufig die gelbe Karte, war unter anderem diese Saison sogar schon gelb gesperrt, obwohl es jetzt noch nicht allzu viele Spiele gab. Im letzten Drittel ist Zaragoza in jeglichen Bereichen eine Gefahr, im Dribbling, im Abschluss, im Passspiel und er bringt auch gute Flanken. Nichtsdestotrotz ist sein Passspiel, abgesehen vom letzten Drittel, sehr schwach, er spielt wenig Pässe, wenn dann nur wenige, die ankommen und vor allem überhaupt nicht progressiv. Dennoch kann er den Ball nach vorne bringen, denn im Treiben des Balls durch progressive Läufe ist er ein absoluter Top-Spieler, sehen wir ja unter anderem hier auch an der Grafik. Um nochmal auf seine Position zurückzukommen, so sehe ich seine Idealposition ganz klar auf dem Flügel. Da kommt er eigentlich über rechts wie links und hat dabei schon einen klaren, starken Fuß mit seinem rechten, wenn gleich sein linker Fuß nicht enorm abfällt. Also er kann auch durchaus mal einen Abschluss mit links ins Tor setzen, aber grundsätzlich, wenn er die Möglichkeit hat, nimmt er eigentlich nur den rechten Fuß. Auch wenn er beides kann, also rechts oder links spielen, kommt er bevorzugt, wie ich finde, über links und zieht da dann auch, wenn er mal nicht ins Dribbling geht, gerne den ein oder anderen Finesse ins lange Eck mit seinem rechten Fuß. Somit, wenn man ihn dann eben vorrangig als linken Flügel sieht, hat der FC Bayern zwei Top-Talente für die Zukunft schon jetzt für den Sommer verpflichtet, mit Iran Kunda für den rechten und Zaragoza für den linken Flügel. Wobei man bei ihm natürlich sagen muss, dass er schon deutlich weiter ist in seiner Entwicklung und definitiv auch eine Soforthilfe sein wird, was wiederum für einen Knabry quasi das Ende bedeuten würde, in Anbetracht der anderen Flügel mit Sané, Coman bzw. auch Tell. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Heute sollte es jetzt mal nur um Zaragoza gehen, zu dem ich noch sagen muss, er kommt derzeit noch nicht oft genug in Abschlusssituationen, die er aber nutzt, wenn er reinkommt und ist grundsätzlich noch nicht allzu konstant aktuell. Ich glaube aber, mit besseren Mitspielern wird er selbst auch direkt besser und wird dem FC Bayern viel Freude bereiten, vor allem für den niedrigen Preis. Das soweit meine Transferanalyse zur Verpflichtung von Brian Zaragoza vom FC Granada, der nun eben den FC Bayern im kommenden Sommer verstärken wird. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Transfer in die Kommentare oder zum Spieler. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.